Hey, meine Schnürsenke. Nicht aufmachen. Nicht, warte. Ich will aufmachen. Könnt ihr nachher nochmal mit den Hundewetten Fotos machen? Peter. Ich hab gesagt, wenn sie ein bisschen ruhiger werden. Die Villa. Oh, die Haut ist. Und der macht so was? Warte mal, ich will mal. Oder sie nicht rankommen. Die Villa. Ah, mit dem Ratz ist es. Da wird auch gleich reinstaubt. Nein. Wir fahren uns sowieso bald nach. Was tut sie? Oh, geh doch mal von meinem Wehen runter. Das tut weh, du bist schwer. Dann musst du mal Kaffee gehen. Die Katrin ist oben. Oh, wie? Oh. Oh, Villa nicht so wild. Ich glaube, du hast hinterher heran. Villa, die hat Angst vor dir. Oh, ja. Villa ist gut.